Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Infovideo zu dem neuen Projekt Minecraft Online. Das ist ein Projekt, das am nächsten Freitag starten wird und dieses Projekt ist halt für alle Mann, also ihr könnt alle da mitmachen. Es gibt ein paar Forderungen, die ich euch stellen und ein paar Regeln, damit wir halt für jeden einen spaßigen Spielablauf haben. So, die, wie machen wir mit, da fangen wir an und das ist folgendermaßen, ihr müsst mich logischerweise auf der Wii U geadet haben als Freund und die ID, die ihr dazu braucht, steht in der Videobeschreibung, gebt die ein und schreibt bei eurer Nachricht, wenn es wirklich nur für Minecraft ist, Minecraft hin. Irgendwie, ich spiele gerne Minecraft mit. Ähm, ja, alle die mich schon geadet haben, die brauchen diesen Schritt halt nicht zu wagen. Der zweite Schritt zum Mitmachen ist natürlich logischerweise Minecraft Wii U besitzen, ne. Anders geht's nicht. So, dann kommen wir zum Namen des Servers. Also, ich hab den Namen ganz schlicht so benannt, ihr seht es gerade, Blackstar Online LP. Ne, so einfach ist es, hat keinen, die Welt hat keinen besonderen Namen. Einfach nur, wenn ihr dieses Zeichen seht, dann wisst ihr, das ist mein Server. Und da werde ich halt die Parts aufnehmen für dieses Projekt. Allerdings nicht immer. Also, ich spiele auch gelegentlich auf diesem Server so, einfach aus Lust und Laune her und dann könnt ihr joinen und auch weiter spielen. So, dann komme ich zu einigen Forderungen, die nicht einbehalten werden müssen. Allerdings, ja, wie gesagt, gefordert werden. Da ist die erste Forderung, ähm, lauft mir bitte nicht nach. Also, ihr könnt schon in meiner Gegend euch aufbefinden, aber baut bitte die Häuser so ein bisschen in der ganzen Welt. So, ich möchte nämlich mit diesem Projekt so ein bisschen sehen, ähm, wenn sich jemand das Wüstenbiom aussieht, hm, wie kommt ihr da zu rascht? Und, ähm, ja, jemand anders geht ins Schneetal und baut sich dort eine schöne Schneehütte, vielleicht designmäßig oder halt, ähm, strategisch zeichnen sich dann Gebäude aus. Und, mein Ziel in diesem Projekt ist es halt, dass ich nicht besonders große und mächtige Häuser baue. Äh, nein, ich reise so mehr so durch die Stadt, ähm, ach, durch die Stadt, ja. Und durch die Welt und sammle Ressourcen natürlich zum Überleben, aber schau mir dann gelegentlich eure Werke an. Es sind maximal acht Spiele auf einem Server zur gleichen Zeit erlaubt. Das heißt, ihr müsst euch um die Plätze kloppen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, ich gebe auf Twitter, so wie im Miiverse bekannt, wenn der Server öffnet und ich eine Aufnahme starte, ne. Also, es kann auch sein, dass der Server mal offen ist und dass keine Aufnahme läuft. Ähm, natürlich könnt ihr mich auch fragen, hey, ich würde jetzt gerne mein Haus ein bisschen ausbauen, dann habe ich damit kein Problem, dann mache ich meine Wii U an und ich spiele vielleicht dann nicht aktiv mit. Aber ihr könnt halt dann auf dem Server weiterspielen und andere können joinen und auch weiterspielen. Oder ganz neue kriegen mal die Chance, sich ein Fundament zu bauen und dann in der nächsten Aufnahmesession dabei zu sein. Ähm, ja. Also, ich bin da flexibel, wenn ich nicht gerade ein anderes Spiel aufnehmen muss auf der Wii U, logischerweise kann ich ruhig Minecraft öffnen und den Server aufmachen. So, zu den Regeln des Servers. Gespielt wird auf der Stufe Normal überleben. Und Freunde sind nicht zugelassen. Das heißt, wenn ihr auf dem Server seid, könnt ihr keinen zweiten Mitspieler, der lokal bei euch sitzt, einladen. Ähm, was dann noch? Ähm, genau. Feuer breitet sich nicht aus und TNT explodiert nicht. So wie, ähm, PvP ist auch aus. Also, wir können uns nicht gegenseitig umbringen, ähm, außer wir herzen Monster auf uns gegenseitig. Aber das soll nicht der Sinn sein, dieses Projekts. Wir könnten mal eine PvP-Folge machen, aber... Nee, eigentlich ist das nicht mein Plan. Ähm, das könnt ihr euch mal notieren, damit ihr das weiß. Also, TNT funktioniert nicht. Das liegt aber daran, dass ich Griefing vermeiden möchte. Was ist Griefing? Griefing ist, wenn man anderen Leuten, äh, deren Sachen kaputt macht. Und, ja. Das, dazu gehört stehlen. Also, wenn jemand eine Truhe gebaut hat, wo er halt sein Essen reingelegt hat, dann soll da niemand kommen und stehlen. Wenn jemand Fenster kaputt macht von einem Haus oder das Haus hier ganz zerstört, ne. Und, dazu gehört allerdings auch, ähm... Ja, das... Ja, ich weiß nicht, ob ich das zählen sollte. Okay, lassen wir den dritten Punkt mal weg. Das ist vielleicht noch nicht so ganz wichtig. Ich denke, dass das auch nicht der Fall sein wird. Ähm, jedenfalls... Das ist meine Anforderung. Also, bitte, bitte seid soziale Spieler. Denn es macht nur Spaß, wenn jeder Spaß hat, ne. Und ich bin auch gezwungen, sollte jemand, ähm, auf frischer Tat ertappt werden, ist er natürlich sofort gebannt. Der fliegt sofort von der Freundesliste, bis das Projekt vorbei ist. Also, keine Angst, wenn ihr mal irgendwie, ich weiß nicht, einen Wurm im Kopf habt und, äh... Alles da kaputt macht und ich seh das, dann werdet ihr von der Liste geschmissen bis März. Und dann kommt ihr natürlich wieder joinen, außer ihr verlasst den Kanal komplett. Das liegt an euch. Das ist nicht, äh, meine Entscheidung. Ich habe allerdings keine falschen Schlüssel gezogen. Wo ich falsche Schlüssel ziehen könnte, ist, wenn mir jemand sagt, Hey, ich hab den gesehen, der hat irgendwie was kaputt gemacht von mir. Der hat mich bestohlen. Oder der hat irgendwie den Creeper auf mein Haus gehetzt. Ähm, da werde ich mich dann mit dem Spieler in Kontakt setzen. Und auch da wird er zumindest schon mal verdächtigt. Also, ich geh mal davon aus, dass niemand kommt und sich als Spaß irgendjemand aussucht und sagt, Hey, der ist böse. Ne? Also, so wie ich diese Community hier im Blick habe, sind da sehr, sehr, sehr top Leute am Start. Also, da dürften eigentlich keine Probleme auftreten. Und wenn's der Fall ist, ähm, dann ist es jedenfalls ein neuer Abonnent. Weil ich denke, dass die Alten doch ziemlich, ähm, korrekt sind. Also, vielleicht kommt ja das Böse jetzt auf uns zu. Äh, nein. Nein, nein, komm. Nicht darüber philosophieren. Ähm, das wäre alles zu den Regeln, die verboten sind. Was ich dann noch haben möchte, ist, wenn ihr euer Haus gebaut habt, bitte stellt irgendwo ein Schild auf mit eurem Namen. Ähm, damit ich und andere Spieler wissen, wer da gerade gebaut hat. Für mich ist das interessant, weil ich sehe dann, hey, der baut ziemlich geile Häuser. Der ist vielleicht etwas erfahrener. Und ein anderer so, hey, der hat ja gerade erst angefangen, so wie ich. Ne? Natürlich wird es auch spezielle Ergebnisse geben. Also, ich werde euch dann auf Twitter oder auf dem Meevers, ähm, posten. Hey, Leute, heute sammeln wir uns bei, im Norden oder in der Wüste, irgendwo, keine Ahnung. Wer gerade kommen kann, der kommt mit mir in eine Höhle rein. Oder so, ne? Also, da erleben wir dann irgendwie Abenteuer. Oder wir bauen gemeinsam mal, ähm, irgendwie ein Türmchen oder so, ne? Also, da könnt ihr auch Projekte vorschlagen, mal so, hey, Leute, die acht, die nächstes Mal dabei sind, wie wäre es, wenn wir mal ne, 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 EP, äh, ne EP-Farm bauen oder so, ne? Ähm, ja, das wäre dann auch dieser Punkt. Und das ist eigentlich auch schon alles. Wie gesagt, alles andere, wo Fragen aufkommen, das schreibt mir in die Kommentare. Ich werde das so schnell wie möglich beantworten. Wenn es zu viele sind und noch sehr gute, die wirklich für jedermann ein bisschen komplex sein könnten, dann werde ich die nochmal in einem extra Video bis Freitag, ähm, erwähnen. Ansonsten, es steht nochmal alles in der Videobeschreibung, schön stichwortartig. Und da ist auch meine ID, die ihr adden könnt, für die, die es noch nicht getan haben. Ähm, dieses Projekt wird natürlich auch Livestreams erhalten. Und, ähm, dieses Projekt wird bis März online sein. Ich weiß nicht, ob wir es noch weitermachen. Geil, richtig geil wäre es natürlich, wenn wir zu acht das Ender, das End betreten, ne? Ja, das, das wäre schon Hammer. Also, wenn wir dann für die finale Folge, dass sich dann sieben Leute aussuchen, die dann zeitgleich halt on sein können und wir dann den Enderdrache gemeinsam besiegen. Äh, das, ja, zu den Zeiten komme ich auch noch. Also, ich nehme da sehr, sehr spontan auf. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, samstags immer 19 Uhr, dann wird Aufnahme gestartet. Wie gesagt, es kann auch mal sein, dass ich auf dem Server bin und wenn ihr joint, dass ihr nicht unbedingt in einem Video erscheint, ne? Ähm, weil, ja, ich muss ja auch noch andere Projekte aufnehmen. Und ich will damit nur sagen, dass, ähm, ja, die Aufnahme-Sessions werden zwar bekannt geben, meistens kann auch mal sein, dass ich einfach so sage, hey, äh, irgendwie nehme ich doch jetzt auf. Und, ja, dann ist das halt so, so ganz spontan. Aber die Zeiten sind halt auch ganz unterschiedlich, dass wir so viel wie möglich, äh, Leute zusammenkriegen. Vielleicht hat der eine ja am Dienstag, äh, schon um zwei Uhr frei. Der andere kann erst am Donnerstag nach Mitternacht, ne? Oder so. Ähm, ich weiß es ja nicht, ne? Aber ich möchte, dass wenigstens jeder eine Chance hat, irgendwie hier zu sein. Wie kommt man auf diesen Server? Aber nun ja, der erste ist vorne, ne? Wer zuerst kommt, der malt zuerst. Und wenn es mal wirklich jemand ist, der unbedingt mitspielen will, aber noch nach drei Versuchen immer noch nicht einen Platz gefunden hat, dann kann er mich ja mal anschreiben. Und dann sage ich, äh, ja, ähm, dem konkret Bescheid, wann er dann joinen soll, bevor ich es allen anderen Bescheid gebe, ne? Ja, irgendwie so kann man sich ja austauschen. Ich merke das ja auch, wer gerade online ist, weil ich werde mir die Liste auch anschauen, wer bei diesem Video dabei ist. Ich merke ja da genau, wer öfters dabei ist und wer jetzt, ähm, ja, eher seltener dabei ist und aber ganz gerne mitspielen möchte. Das ist eigentlich jetzt alles. Also dieses Projekt wird super, super, super geil, wenn es so funktioniert, wie wir es jetzt festgelegt haben. Wenn jeder sich an die Regeln hält, dann haben wir hier wirklich sehr viel Spaß. Äh, zu den Regeln der Welt, da schreibt mir ruhig noch, ähm, wenn mal jemand sagt, hey, ich möchte dieses Texturenpack spielen, anstelle des Klassischen, weil ich habe das Klassische jetzt gewählt. Ähm, aber wenn jetzt jemand mit diesem Naturpark spielen will, dann ist das okay, dann können wir auch eine Folge im Naturpark spielen, ne? Das ist jetzt kein Problem. Äh, Spiele-Chat ist aus. Das liegt nicht daran, dass ich nicht mit euch reden möchte. Das liegt daran, dass das Mikrofon so nervtötend ist. Und wenn ich da eine Stunde sitze und kommentiere und aus dem Fernseher kommen die ganze Zeit Klappergeräusche, das da, ne? Weil das hört man wirklich krass, weil das Mikrofon halt sofort bei den Tasten liegt. Äh, dann werde ich fernsinnig. Und ihr wahrscheinlich auch, weil das sind ja dann nicht zwei, die klappern, sondern acht. Das heißt, rund um die Uhr, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat in der straße hat ein bagger das kabel der strom zur fahrer zerstört keine ahnung gehabt und dann musste ja das ganze elektrische team anrücken dieses kabel ersetzen in jedem einzelnen haus den strom kontrollieren den strom ausschalten und später den strom wieder einschalten mein gott also das war hier wirklich die schlimmste woche er war beginnt schon mit richtig scheiß im start hatte richtig mies gelaunte leute begegnet ja dann kann sich das problem mit youtube das zwei tage anhielt dass die videos nicht veröffentlicht wurden dann kam ja also ich dann mit freundin aufnehmen wollte ja dann hat die capture karte rumgespackt die wollte sich updaten sowie windows auch und ja jetzt auch noch den stromausfall also ich freue mich auf den samstag und auf nächste woche ich hoffe ihr auch weil nächste woche beginnt dieses projekt und schreibt mir mal in die kommentare wer alles dabei sein würde ich kann mir da schon einige vorstellen die mitmachen würde und andere vielleicht die sich minecraft gar nicht kaufen aber ja das ist eure entscheidung jedenfalls denke ich dass wir mindestens acht zusammen kriegen wenn nicht dann ist halt weniger mein gott ist ja nicht schlimm bis dann aber das ist das ist das ist das ich glaube ich mal Vielen Dank.